Musik Bei einem Zivilersatzdienst im Ausland verbringst du im Rahmen eines Sozial-, Friedens- oder Gedenkdienst deine Zivildienstzeit im Ausland. Wichtig dabei zu beachten ist, dass du mindestens 10 Monate im Ausland verbringst. Ein Zivilersatzdienst im Ausland ist weltweit möglich. Weitere Informationen zu den Einsatzstellen findest du auf www.freiwilligenweb.at oder in unserem Padlet. Ein Zivilersatzdienst eignet sich natürlich für angehende Zivildiener. Es ist aber auch möglich, dass Mädchen, die sich für einen Friedens-, Sozial- oder Gedenkdienst interessieren, diesen absolvieren. Interesse geweckt? Dann hol dir weitere Informationen auf unserem Padlet auf www.logo.at slash einfach minus weg minus digital